Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zum Adventskalender Nummer 12. Bevor ihr seht, was heute passiert, muss ich sagen, das Wort Adventskalender wird abgekürzt, weil sonst passt das vom Titel her nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Das ist nichts weiteres wie ein neues Paar Wigfurt 5A aus der American Classic Hickory Serie und diese werde ich erst ab Weihnachten tatsächlich spielen, weil ja, es ist mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ja, das wollte ich euch heute nur mal gezeigt haben und ja, einen schönen Abend noch und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut. Ciao. 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 Ciao.